es war als leute am freitag vormittag mit andrea paluch sie ist autorin schriftstellerin dozentin und lernberaterin schönen guten morgen frau paluch ich freue mich dass sie da sind ich freue mich auch guten morgen so eine begrüßung bei ihnen im norden geht viel kürzer und knapper moin moin kurzes knappes moin und welche bedeutung hat moin moin die doppelung sehr gut eigentlich also moin heißt nicht morgen sondern gut okay hat sogar bis in den duden glaube ich geschafft weiß ich nicht habe ich noch nie nachgekommen habe ich irgendwo gelesen steht drin das heißt man kann auch moin einfach sagen wenn man was gut findet aber man nimmt es in aller regel schon als begrüßung eigentlich von moin wind also man wünscht den seefahrern einen guten wind und nicht einen guten morgen und das moin ist einfach gut und das kann man dann natürlich genauso abends um 8 anwenden wie morgens um 10 in ihrem bundesland schleswig holstein spricht man nicht nur anders als hier bei uns in baden württemberg sondern da leben auch seit jahren die glücklichsten menschen in deutschland ausgewiesen einmal pro jahr im sogenannten glücksatlas welche erklärung haben sie dafür das ist echt eine gute frage weil eigentlich das wetter bei uns so schlecht ist also ich kenne viele die leiden an diesem schlechten wetter und wenn man dann immer sieht in stuttgart sind zehn grad wärmer als bei uns ist es eigentlich also das trägt nicht zum glück bei warum sind wir so glücklich ich glaube weil wir den horizont sehen weil sie den horizont sehen welche rolle spielt das meer möglicherweise das meer sieht man eigentlich nicht von überall aber die den himmel und die wolken also man hat einfach einen weiten man ist irgendwie geweitet ich glaube das ist das trägt zum glück bei also das wetter haben sie als faktor schon ausgeschlossen es kommt noch ein zweiter faktor der für glück entscheidend sein könnte nämlich gut zu verdienen viel arbeit zu haben ein hohes brutto sozialprodukt das ist in schleswig holstein auch nicht so ausgeprägt wie in anderen bundesländern also das fällt auch hinten runter ist es vielleicht möglicherweise so dass die menschen da oben an der küste einfach ein bisschen genügsamer sind kann sein wir sind einfach harte leute da wir sind vieles gewohnt ja vielleicht braucht man ja auch gar nicht so viel zum glück also vielleicht ist das keine gute kategorie dieses wie viel man verdient oder wie glück bemisst sich ganz offensichtlich nicht am geld sie kennen ja auch baden württemberg haben unter anderem in freiburg studiert 200 kilometer südlich von stuttgart die doktorarbeit ist in heidelberg glaube ich erschienen wenn sie jetzt ihre zeit ihre erlebnisse die sie hier bei uns im land hatten mit ihrer zeit an der ostseeküste vergleichen wo liegt da der ganz große unterschied mal abgesehen von dem horizont den sie da oben immer sehen der ganz große und also in freiburg fand ich es ein bisschen exotisch weil die leute wegen im dialekt zum beispiel auch also ich habe bin mit absicht nach freiburg gegangen weil ich in die fremde wollte und es wahrhalten es war anders und das habe ich genossen und ich komme ja auch nicht ursprünglich jetzt vom meer ich komme aus hannover gebürtig bin aber mit der mit dem selbstverständnis groß geworden dass ich norddeutsche bin aus hannover kommend dann bin ich nach hamburg gezogen und da habe ich schon gemerkt hannover liegt ja eigentlich südlich von hamburg aber immer noch okay norddeutsch und seit ich jetzt in flensburg wohne weiß ich hannover ist mitteldeutschland ich komme überhaupt nicht aus dem norden also ich bin auch in flensburg eigentlich auch genauso fremd wie in freiburg aber die art der leute ist trotzdem mir näher glaube ich also das ist etwas direkt und herzlich ich möchte mal auf den faktor glück zu sprechen kommen ganz viele dinge gibt es ja die einen menschen glücklich machen wie sehr erfüllt sie das schreiben das schreiben das ist also mein beruf und das erfüllt mich deshalb weil ich da relativ lange übung drin habe und alles was man lange gibt hat das glaube also da hat man einen gewissen standard erreicht und weiß wo man steht und was man machen muss um sich weiterzuentwickeln und insofern erfüllt mich das mich weiterzuentwickeln auf einem halbwegs okayen niveau andrea paloch hat jede menge kinder und jugendromane geschrieben in ihrem neuesten geht es um die ältere ältere generation frau mitte 40 kinder aus dem gröbsten raus spürt eine innere leere geht ein wochenende alleine nach italien in die berge zum wandern und begegnet auf dem weg zum gipfel sich selbst mehrfach bilanziert ihr leben und schmiedet auch pläne für die zukunft habe ich das wesentliche richtig wiedergegeben ja das war super zusammengefasst vielen dank gerne welche idee steckt hinter dieser geschichte die idee dahinter ist eigentlich dass ich also wie unschwer zu erkennen ist ist die frau also ungefähr so alt wie ich aber natürlich ist sie nicht ich sondern sie ist ein porträt von frauen in meinem alter und also frauen im sinne von den frauen die ich kenne den ich damit ein kleines denkmal setzen will oder sowas für für ihre stärke eigentlich für selbstbewusstsein für ihre selbstzweifel und überhaupt für die aus meiner sicht so ein bisschen stereotype darstellung in in medien literatur so eine frau in so einem roman die ist also die ist meistens nicht so normal und eckig finde ich oder irgendwie fehlt mir da oft was und der versuch war eine eine frau darzustellen wie sie wie ich sie kennen könnte eigentlich ist die geschichte vielleicht auch ein bisschen gedacht als aufruf guck mal nach dir selbst hör in dich rein und jetzt sind die kinder aus dem haus du hast ganz ganz viel erledigt jetzt wird es zeit sich mal um sich selbst zu kümmern nee das ist auf keinen fall ein aufruf es ist eher ich glaube das ist eine phase im leben einer frau davon eltern wenn die kinder weg sind wo halt viel passiert also in unserer altersgruppe sind ja also da passieren im privaten bereich unheimlich viele sachen und die meisten sind gar nicht mal so toll insofern ist das offenbar eine fragile zeit und und die und da machen sich die frauen einfach gedanken und die männer wahrscheinlich genauso und und das ist eigentlich also das ist ein ziemlich intensiver und auch also existenzieller also zeitbereich den man dadurch lebt und der eigentlich kaum beachtet wird finde ich also vielleicht bin ich auch nicht medial so weit gefächert informiert dass ich das mitkriege aber also für mich ist das ein ein lebensabschnitt der vernachlässigt wird in der wahrnehmung von von sowohl der öffentlichkeit wie auch den betroffenen also man müsste das vielleicht ernster nehmen oder so ja also insofern haben sie vielleicht dann doch recht die romanheldin berichtet immer mal wieder von qualen beim schreiben also die die protagonistin schreibt auch wie sie im richtigen leben dahingehend dass sie die romanheldin eben manchmal nicht richtig ausdrücken könnte was sie wollte gibt es da möglicherweise parallelen kennen sie sowas auch dass sie vor einem leeren platz sitzen oder vor dem computer eine idee im kopf haben aber noch nicht so recht wissen wie sie das jetzt in worte fassen können eigentlich nicht aber also aber was es ausdrücken soll ist eigentlich ein respekt vor der sprache und was sie anrichten und ausrichten kann also und dass die wahl der richtigen worte nicht so leicht ist man also das hat was mit übung zu tun und mit sprache benutzen und auch reflektiert zu benutzen und natürlich wenn man die große auswahl hat an worten dann die richtigen wörter auszuwählen und so weiter das ist nicht so einfach und das ist eine herausforderung würde ich sagen schriftstellerin andrea paluch die lange zeit zusammen mit ihrem mann robert habeck als er noch nicht chef der grünen war vor allem jugendbücher geschrieben hat jagd auf den wolf zum beispiel schrei der hyänen flug der falten das ist gerade eben noch mal neu erschienen wie darf man sich das vorstellen frau paluch in der praxis eine hat den gedanken der andere formuliert so lief das gar nicht und wir waren auch vor allen dingen romanschriftsteller also schrei der hyänen ist ein erwachsenenroman zum beispiel ist auch ein tier im titel aber läuft nicht unter jugendbuch und die kinder und jugendbücher die haben wir sozusagen auch geschrieben und unsere zusammenarbeit ist eigentlich entstanden aus einer gemeinsamen übersetzungsarbeit wir haben lyrik übersetzt englische lyrik und daraus ist eine art der zusammenarbeit entstanden die ziemlich effektiv war und schnell ging und faktisch wir also wir haben jedes wort im grunde gemeinsam geschrieben also eigentlich haben wir mehr gesprochen das schreiben war nur das festhalten dessen was wir vorher gesprochen haben das heißt sie sind ewig lange in der küche im wohnzimmer zusammengesessen und haben diskutiert welche formulierung sie benutzen wie der plot aussehen und so weiter ganz genau okay also ein höchst kreativer prozess und auch ein sehr also durchaus anstrengender aber durchaus auch freudvoller weil man dann gemeinsam lacht man und motiviert sich und also da ist halt ein bisschen leben und es macht spaß und das ist jetzt halt bei mir nicht mehr so aber einer muss es dann doch zu papier bringen das geht ja zu zweit ja genau also wir haben immer notizen gemacht und dann hat haben wir abwechselnd aus den notizen einen fließtext erstellt der stilistisch keine gültigkeit hatte nur sozusagen den inhalt transportiert hat den wir vorher besprochen haben und dann haben wir diesen fließtext uns gegenseitig vorgelesen jeden satz neu formuliert so formuliert dass wir beide zufrieden waren gestrichen gekürzt und so weiter also aber dieser dieses was aussieht wie schreiben war bei uns nur informationsverwaltung wie oft sind sie beim hirnen beim arbeiten von den vier jungs unterbrochen worden die ja auch unterhalten werden wollten ja die also das ging nicht wenn die da sind wenn die da waren eigentlich das ging nur wenn die geschlafen haben oder im kindergarten oder in der schule waren oder man also auch vor dem kindergarten mussten die dann halt manchmal auch zu ihren freunden also wir haben schon versucht dass wir jeden tag so zwei drei arbeitsstunden ohne kinder hatten wo wir gemeinsam arbeiten konnten ja aber ich meine dass alle leute die arbeiten und kinder haben kennen das ja dass man sich derzeit frei boxen muss jetzt ist der mann seit fast drei jahren einer der beiden bundesvorsitzenden bei den grünen ergo schreiben sie alleine wie viel anders ist das ja habe ich ja eben schon ein bisschen erwähnt also es ist jetzt einsam kann man sagen ich sitze halt alleine am schreibtisch ich spreche nicht mehr sieht das merkt man glaube ich auch den texten an die sind nicht mehr gesprochen sondern geschrieben dass also wenn ich sie dann lese bei bei lesungen bei so veranstaltungen merke ich manchmal dass das das eigentlich ein arbeitsschritt ist den ich mir gar nicht sparen darf also ich vergesse den jetzt aber eigentlich ist der total wichtig ja es ist anders es ist wirklich anders gleichzeitig muss ich mich nicht mehr rumstreiten was jetzt was da jetzt stehen soll und wie wie es sein soll was natürlich freiheiten bringt aber ob es eine verbesserung ist weiß ich nicht weil robert und ich unsere gemeinsamen texte waren die potenz von uns beiden also zwar nicht einfach die summe von zwei leuten die das irgendwie machen und und vielleicht auch okay können sondern es war etwas was wir alleine wo wir alleine nicht hinkommen können und das wird mir leider manchmal bewusst frau paluch sie haben viele viele jahre zurückgezogen mit ihren vier söhnen und ihrem mann in einem kleinen dorf im äußersten norden deutschlands gelebt und gearbeitet vor allem und freunde haben damals zu ihnen gesagt ganz schön eng was ihr da macht war das nie ein problem für sie so dicht aufeinander zu sitzen ja das interessante ist ja dass es uns gar nicht so vorkam weil wir kannten es nicht anders also unser es war halt unser job wir haben zu hause am schreibtisch gearbeitet und zu hause waren halt auch die kinder also es war halt alles zu hause und wir haben keine zeit verschwendet mit wegen irgendwo in welche büros oder sowas also man war immer gleich da wo man hingehörte und es war auch keine zeit über um sich raus zu orientieren da also entweder man hat gearbeitet oder man hatte die kinder also das war kein es gab überhaupt keinen überfluss den man hätte woanders investieren können insofern kam uns das überhaupt gar nicht eng vor kannten es nicht anders und es war halt unser leben aber nachträglich gesehen muss ich sagen ja das war natürlich schweine eng das ist ja der hammer also man hockt sich die ganze zeit auf der pelle aber also es war eine tolle zeit sowohl in der zeit in der wir das gemacht haben als auch in der erinnerung also super inzwischen sind die jungs groß der älteste glaube ich 23 die zwillinge 21 der jüngste 18 und ihr mann ist bekannt berühmt und als grünen chef gefragt in berlin wie fühlt sich dieses ganz andere leben jetzt alleine an alleine über größere phasen nehme ich an ja genau ja es ist eine neue lebensphase genau das muss man erst mal verstehen so gleichzeitig ist es aber auch nicht so eine andere lebensphase weil jetzt das was was vorher leicht war weil immer alle leute zu hause waren muss ich jetzt sozusagen leisten indem ich dahin fahre also wenn ich meine kinder sehen will dann muss ich sie halt besuchen wenn ich robert sehen will muss ich mich halt mit ihm verabreden und dann muss ich dahin reisen das ist alles zeitaufwendiger und insofern mein leben ist gar nicht so viel anders nur dass ich mehr auf achse bin eigentlich und was überwiegt der genuss von ruhe und einsamkeit oder die sehnsucht nach zusammensein und rubel also mein großer vorteil ist dass ich hin und her wechseln kann wie ich wie ich das gerade wollen genau ich kann nach flensburg da habe ich ruhe da kann ich am schreibtisch sitzen und mich entspannen und vor allen dingen kann ich eindrücke verarbeiten die ich zum beispiel in berlin kriege weil ich da da bin ich immer im theater und abends unterwegs und unter leuten und da wird man ganz schnell so so ein bisschen übervoll mit input dann kann ich wieder nach flensburg fahren und das so ein bisschen sacken lassen also ich kann mich immer wieder so austarieren insofern ist das eigentlich ein ziemlicher luxus und wie oft sehen sie ihren mann ich meine jetzt nicht nur im fernsehen regelmäßig würde ich sagen sie haben ihn unterstützt als er in die politik ging und haben gesagt weil er da gut ist weil er das kann das soll er machen wie fänden sie es wenn er noch höher klettern und zum beispiel bundesminister würde naja also wenn man politik macht dann ist es ja klar dass man etwas verändern will und gestalten will und insofern ist ist jetzt parteivorsitzender da nicht so der optimale job eigentlich also ich finde es natürlich super das soll so aus meiner sicht mal sehen was die leute so wählen und wir haben gerade gehört einen der größten hits aller zeiten lokomotiv breath von chethro tall markenzeichen unverkennbar die querflöte von frontmann ihn endersen haben sie mal versucht das nachzuspielen nicht wirklich also ich habe ich spiele ja auch querflöte also ich habe gelernt querflöte zu spielen als kind und da habe ich halt so diese klassische ausbildung schöne reine töne man muss den ton beherrschen und aber immer klar also diese diese geräuschhafte was bei jethro tall ist oder bei auch bei zeitgenössischer musik also das habe ich nie gelernt und deshalb auch immer so ein bisschen als kind habe ich immer gedacht der kann das ja gar nicht richtig wo ist denn da mal schöner ton habe ich nie probiert aber ich glaube der kann das schon der spielt es halt ein bisschen anders richtig der spielt es halt anders wenn sie sagen sie haben klassisch querflöte gelernt dann heißt das wahrscheinlich auch dass sie eher klassische musik ja genau wie lernintensiv war das oder ist überhaupt querflöte spielen und dieses hängt davon ab was man will also naja man will das instrument einigermaßen beherrschen und so dass die töne rauskommen die man gerne hören würde also so wie alles im leben muss man es halt üben wenn man also man muss es halt machen und dann ist man dann also je nachdem womit man zufrieden ist kann man dann halt kann man es halt locker angehen lassen oder auch nicht wie locker haben sie es angehen lassen also mein mädchen wunsch war ja flötistin zu werden insofern habe ich eigentlich gedacht ich mache das mal richtig doll aber ich bin ja nicht flötistin geworden sie sind dann auf umwegen in der rockmusik gelandet wie kam es dazu ja das kam so dass ich die kinder sind etwas größer geworden mein ich hatte plötzlich zeitfenster wo ich etwas machen konnte was was mich interessiert hat und dann habe ich gedacht super ich spiele wieder flöte ich suche mir ein ensemble oder ein orchester und dann mache ich hier schön wieder musik und dann habe ich aber nichts gefunden nichts klassisches jedenfalls und dann habe ich in der zeitung gesehen rockband sucht sängerin und da habe ich gedacht naja wenn ich schon nicht flöten kann dann halt singen und habe da angerufen und während es klingelte habe ich noch so gedacht oh das ist bestimmt eine schülerband die sind alle 18 und und sagen oma was willst du denn hier und wollte gerade auflegen da ging jemand dran und die erste frage war wie alt bist denn du und da habe ich schon gedacht wie bescheuert muss ich eigentlich sein und damals war ich weiß gar nicht anfang 30 mitte 30 und dann hat er gesagt oh gott sei dank hier rufen immer nur so 18 jährige an wir sind alle 40 ja dann hatte ich meine band gefunden also das alter hat schon mal gestimmt und welche voraussetzungen hatten sie ansonsten für eine sängerin keine keine aber sie wissen schon wer wer die großen rock bands sind also ich ja geht so geht so ich habe dann also unterricht bekommen sozusagen von denen in also diese ganzen rock bands kannte ich nicht wirklich aber ich habe viel gelernt ich habe rock gesang unterricht genommen habe singen gelernt also ich habe da unheimlich viel gelernt das war richtig toll zehn jahre lang haben sie das gemacht sind auch aufgetreten heute alles vorbei war eine schöne zeit aber jetzt wieder was anderes genau ja ich glaube ich muss immer irgendwie ich habe so einen drang irgendwas neues zu machen oder so und das war irgendwie fertig für mich fühlte sich fertig an habe so viel erreicht und dann war es gut sie sagen von sich selbst frau paluch ich bin dänemark affin was ist so toll an unseren nachbarn im norden die dänen sind entspannt die machen sich das gemütlich die können mit dem wetter umgehen die machen sich das gemütlich im winter und die sind das berühmte hüge hüge genau und sind haben das prinzip verantwortung mehr leben das mehr als als ich das gewohnt bin also was was löst das aus wenn ich mich auf eine gewisse weise verhalte und übernehme ich verantwortung für andere also da ist so dieses ich gebe etwas für die gruppe in der ich mich bewege was total normal ist das ist nichts was man herausheben muss oder so man fühlt sich sofort so teil von etwas wenn man dort ist weil man etwas geben also es wird erwartet dass man was gibt und man kriegt dafür aber auch immer also es ist so ich finde es ist sehr angenehm woran glauben sie liegt das dass die dänen oder die skandinavier von den schweden sagt man dass ja auch mehr aufeinander achten mehr verantwortung übernehmen von sich aus ohne dass der druck vom staat oder was weiß ich woher kommt also ich habe den wechsel vor allen dingen bemerkt als unser erster sohn von einem deutschen kindergarten nach dem umzug an die grenze in einen dänischen kindergarten gekommen ist und da wurde ich ein bisschen zurechtgewiesen dass ich für den viel zu viel mache also ich soll dem nicht die schuhe zu binden und ich soll den mal in ruhe lassen der weiß schon was er machen soll und er weiß was seine aufgaben sind und er kann das auch und dann habe ich gedacht okay ja stimmt wahrscheinlich und dann habe ich ihn gelassen und dann habe ich gesehen ja der soll nicht nur sich die schuhe zu binden der soll auch den hefeteig machen und der soll auch aufräumen und der hat aufgaben die er macht und bald also ohne dass es da eine diskussion gab oder sowas und das fand ich irgendwie cool und die sind zum beispiel auch schon mit in ganz jungen jahren sind die mit den kindern eine woche lang auf auf reise gegangen also in so ein landheim also nicht schullandheim ist ja nicht das richtige wort sondern zum kindergarten landheim wo die kinder dann also weg waren von den eltern und selbstständig also selbstständig zu werden das war immer bei diesen ganz kleinen schon ein großes thema sie hatten ja auch mal eine zeitlang überlegt nicht nur an der dänischen grenze zu wohnen und ihre kinder in einen dänischen kindergarten zu schicken sondern ganz über die grenze ziehen warum haben sie es nicht gemacht das hat sich zerschlagen wir hatten das tatsächlich vor und waren auch schon ziemlich konkret in unseren plänen aber es hat sich dann zerschlagen durch ein paar blöde also zufälle und dann sind wir eben da gelandet an der grenze auch ein bisschen zufällig und und da haben wir dann erst gemerkt dass es da zweisprachig ist das haben wir vorher gar nicht so gewusst eigentlich sind wir da gelandet weil es da ziemlich günstig ist zu leben und dann hatten wir da eben auch die die dänischen institutionen und so weiter was ganz gut war kam uns sehr entgegen weil sie gerade das stichwort günstig haben fallen lassen ganz und gar nicht günstig sondern das krasse gegenteil ist aber das leben in kopenhagen hat mir gerade ein freund erzählt der da oben urlaub gemacht hat ganz begeistert war von der stadt mir aber erzählt hat dass es unfassbar teuer ist ja ja also alle es ist ja sowieso grundsätzlich teurer in dänemark weil die leute mehr verdienen also das ganze lohniveau und lebenshaltungskostniveau ist halt höher als hier aber ja das stimmt kopenhagen ist sehr teuer das sehr begehrt da zu wohnen andrea paluch schriftstellerin arbeitet unter anderem auch als lernberaterin für legastheniker also für menschen mit einer lese rechtschreibschwäche wie viele sind davon in deutschland betroffen oder fragen sie mich was keine ahnung es ist wahrscheinlich gar nicht mal so eindeutig festzustellen weil man ja erstmal bemerken muss dass man so etwas hat oder ein oft mal also eigentlich ist es ja in der schule dass man dieses problem hat und schulen sind damit oft überfordert und oft wird dann auch gesagt so ja das kind ist faul hat keine lust wenn es sich anstrengen würde würde es ja gehen oder ach der knoten platzt schon irgendwann oder so also es gibt dann so naja vertröstungsstrategien oder so aber also so richtig einen guten hebel für kinder die es schwer haben mit lesen und schreiben gibt es in den schulen nicht und ich weiß auch nicht wie gut die gezählt werden oder was also ich habe jetzt hier eine zahl gefunden da ist die rede von drei millionen das sind wären etwa vier prozent der bevölkerung weiß man denn ob er jungs oder er mädchen davon betroffen ist ziemlich wenig eigentlich davon und auch über die gründe weiß man nicht so viel also es kann durchaus sein dass ein großer teil von denen einfach schlichtweg das nicht richtig gelernt hat aus welchen gründen auch immer es gibt bestimmt aber auch welche die das aus wahrnehmungsgründen nicht konnten oder aus sogenannten konzentrationsgründen oder so eine sache weiß man glaube ich sicher dass legasthenie keine krankheit ist das hat auch nichts mit intelligenz zu tun sondern es kommt zum beispiel auch bei hochbegabten vor ja es ist sogar so es gibt sogar thesen die das in verbindung bringen und sagen dass leute die leserechtschreib schwäche haben unter umständen besonders begabt sind also dass das ein talent ist dass das einerseits für in vielen feldern was positives ist und dann beim lesen aber stört wie genau äußert sich legasthenie woran merke ich dass mein kind eine leserechtschreib schwäche hat das ist eine total gute frage weil ich das bei meinem kind also dieses thema ist in mein leben gekommen durch meinen jüngsten sohn der nicht gut lesen gelernt hat und selber auch fand dass es eigentlich also der fand schon nach dem ersten tag dass schule nichts nützt weil er nicht lesen konnte und wenn es nicht mein viertes kind gewesen wäre sondern mein erstes hätte ich es nicht gemerkt hätte ich gedacht ist halt schwer dauert halt muss man halt lange üben aber ich wusste von den ersten dreien dass es eigentlich so schwer dann auch nicht ist die konnten das ziemlich fix und der vierte dann so langsam und da bin ich schon so ein bisschen stutzig geworden und habe auch die lehrer gefragt und habe dann eben gehört erst hieß es der knoten platz noch und dann erst faul und dann habe ich mir ein bisschen genauer angeguckt und beobachtet und gesehen der kann es halt nicht der hat halt das es ging nicht der brauchte ewig der hat dann strategien entwickelt sich helfen zu lassen auswendig zu lernen also der hat seine energie in sachen gesteckt die nichts mit begreifen zu tun hatten sondern mit ich muss irgendwie überleben und da war mir klar dass das so nicht weitergeht und habe nach hilfen gesucht wie und wo helfen sie professionell also ich habe mit meinem sohn dann eine therapie gemacht oder beratung die sich einen amerikaner ausgedacht hat ron davis und das hat unheimlich gut funktioniert also von einem kind das am liebsten dass ich am liebsten schon heute aus der schule genommen hätte ist ein kind geworden das ohne hilfe selbstständig in der schule klar gekommen ist und das habe ich so ein bisschen als ruf des schicksals verstanden diese methode auch in deutschland bekannter zu machen und dann habe ich mich ausbilden lassen und habe also kinder so wie mein sohn beraten wie sie mit diesem diesem wahrnehmungstalent was sie haben umgehen können 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 kinder die diese schwäche haben nach der hilfe die sie dann möglicherweise angenommen und eine zeitlang praktiziert haben völlig fehlerfrei hinterher lesen und schreiben das ist total unterschiedlich also es ist sowieso ist jeder legi anders also es gibt keine gleichen also keine vergleichbaren verläufe oder sowas und auch hinterher wie gut das dann kontrolliert werden kann ist halt immer abhängig von der person auch was die möchte wie weit sie das eigentlich perfektionieren will und sowas und mein sohn ist nicht fehlerfrei aber ich finde auch nicht dass das das ziel ist sondern er muss in der in der zeit die er hat die aufgaben bewältigen können welche positiven erinnerungen haben sie hier an dieses land an baden-württemberg also vor allen dingen das wetter ich bin auch nicht zuletzt hierher gekommen nach freiburg damals ja weil das so schön warm ist also das ist wirklich toll sonne und wärme norddeutschen was tolles und also was mir geblieben ist aus freiburg sind viele also eigentlich meine besten freunde sind schwaben ok ja heute immer noch das hat sich gehalten ja und natürlich nicht zu vergessen ich nehme an sie haben das auch nicht vergessen sie haben ihren mann auch in freiburg kennengelernt das robert habe während des studiums beim theaterspielen habe ich gelesen richtig an der plan die panne lauter studentinnen standen auf der bühne der einzige mann hieß robert habeck also der einzige kerl der hahn im korb und sie haben ihn auf der bühne hingerichtet ich habe also es wurde ihm angedroht ich habe es nicht gemacht sie war das will ich war aber die hänkerin genau ja bei dürren matt übernimmt es dann der angeklagte selber deshalb war ich ich musste mich meine hände nicht dreckig machen wenn ihnen damals eine kommilitonin prophezeit hätte den wirst du mal heiraten und vier kinder mit ihm haben was hätten sie geantwortet habe ich schon gewusst das wussten sie eigentlich schon zu diesem zeitpunkt auf der bühne als sie seine hänkerin gespielt haben okay das heißt erkenntnis auf den ersten blick wie war es umgekehrt das müssen sie immer fragen würde ich gerne machen vielleicht kommt ja ja demnächst mal in diese sendung ja wie fühlt sich das an im nächsten jahr silberhochzeit zu feiern ach ja sie wissen ja sachen ja stimmt doch sie haben geheiratet ja stimmt 1996 plus 25 bestimmt recht das ist 2021 aber können sie mal sehen ich bin da nicht so ich bin ja nicht so informiert wie sie also ist ein bisschen egal ist egal das heißt es wird auch jetzt wo sie es wissen und wo sie mit sicherheit noch in den nächsten monaten eh dran erinnert jetzt wissen sehr viele ist ja doof es wird auch keine große feier geben nee okay das heißt sie müssen sich auch keine gedanken machen wie viele leute kommen und wie sieht der essensplan aus anders gefragt also wir feiern schon viel und gerne aber wir brauchen dazu nicht so was gut wenn sie feiern gibt es dann in aller regel veganes essen ja und wer ist die obergrüne im haushalt habeck paluch was was heißt das obergrün also ich habe mit den grünen nichts zu tun bei uns ist natürlich robert der obergrüne ja sie haben so viel insofern was mit den grünen zu tun als dass ihr mann der der vorsitzende dieser partei ist es färbt ab meinen sie ich glaube schon also wenn sie jetzt auf die idee kämen fleisch zu essen oder andere dinge machen die jetzt mit den ideen dieser partei nicht so übereinstimmen würden dann gäbe es glaube ich schon ziemlich große diskussionen nee nicht so nee nee also jeder darf leben wie er das möchte das hat jetzt also das erlauben auch die grünen glaube ich das ist gut so so soll es ja auch sein okay welche pläne wenn es keine silberhochzeitsfeier gibt haben sie für 2021 steht das neue buch schon irgendwo da im hintergrund oder ja haben sie ganz andere projekte nee nee ich habe schon buchprojekte und ich habe interessanterweise hier auf dieser reise hierher ein ein ist mir ein tolles projekt untergekommen und zwar würde ich gerne ein dänisches buch übersetzen ins deutsche was ich gelesen habe auf der zugfahrt hierher ein unheimlich ergreifendes buch und ich bin jetzt in der position dass ich sozusagen jemanden finden muss der dieses buch auf deutsch veröffentlichen möchte dann könnten sie das sein im kommenden jahr andrea parloch herzlichen dank fürs kommen das war es war eins leute am freitag LINKA k Untertitelung des ZDF, 2020